Hallo zusammen, eigentlich wollte ich ja anfangen mit der Weltraum, unendliche Weiten. Und ich habe sogar meinem Hund beigebracht, das Thema von Raumschiff Enterprise zu jaulen. Aber dann fand ich es doch ein bisschen zu abgegriffen für das Ungreifbare, von dem dieses Video handelt. Oder, wir werden die ganze Zeit schon beobachtet, merken es aber nicht. Noch dieses Jahr einen Orbiter, einen Lander, einen Rover und sogar ein Helikopter zum Mars bringen. Kurze Wellen erscheinen uns blau, lange Wellen rot. Und dazwischen gibt es alle Farben des Regenbogens. Der Ort des Urknalls, und da ist sich die Forschung sehr sicher, war genau hier. Und ich habe mich immer schon gefragt, warum diese Gedenktafel draußen im Haus hängt. Wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Und falls ihr die nicht verpassen wollt, wisst ihr ja, was ihr machen müsst. Abonnieren und die Glocke klicken. Macht's gut und immer schön die Augen offen halten. Tschüss.